Und selbstverständlich wollen wir jetzt auch wissen, wie gut das sind Spieler vom FC Luzern. Können jassen. Wir gehen jetzt mal kurz bei ihrem Training stören. Wir haben ja unter anderem gehört, Daniel Giga sei einer der besten Jasser beim FC Luzern. Nein, das kann ich da so nicht sagen. Der Rumpfbauer ist 20 und Snell ist wieviel? Das musst du nicht prüfen. Ich weiss schon, wie es gejassen wird. Also wieviel ist Snell? Snell. Snell? 14. Wenn du nach Luzern kommst, musst du jassen. Und da habe ich gerade noch schnell den Mann entdeckt, der ja anscheinend der beste Jasser ist beim FC Luzern. Also erstmal der beste Goalie, klar, der Affin Zibung, aber auch der beste Jasser. In dieser Mannschaft ist es nicht so schwierig, der beste Jasser zu sein. Aber ich komme ein wenig daraus. Also mit den Punkten und so hast du es im Griff? Ja, und vor allem beim Scheissen bin ich noch gut. Wer kann eigentlich besser Jasser, Murat oder Hakan? Ja, das ist definitiv der Hakan. Wirklich? Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, ja. Bei Nell ist die französische Karte wieviel? 24. Ja gut, dann lassen wir doch die Fussballer lieber wieder trainieren. Und ich mische mich besser wieder unter die Einheimischen. Hallo, Redo. Ja, hallo. Ah! Der Tonko Ali! Ja, genau. Du kannst ja jassen. Samstag jassen. Samstag jassen, ja genau. Wie viele Differenzpunkte hattest du? Ja, bei Probe eins, ja. Ja, und bei Sendung? Nur 80, ja. Schönen Tag! Okay. Are you Japanese? Oh no! You look Japanese. I come from Thurgau. Oh, Turkey. Just kidding, just kidding. Kennen Sie den Differenzler? Oh nein. Den kennen Sie nicht. Ich bin Spanier. Hallo. Ich hoffe, Sie schon etwas fragen. Ja. Können Sie jassen? Ich kann jassen, ja. Jassen Sie schon lange? Schon, eigentlich seit Kind, ja. Was gibt's alles für Jassenkarten? Deutsche, französische. Was gibt's alles für Jassenarten? Schieber, Bandur. Differenzler. Differenzler. Also Sie können ja, das merke ich. Haben Sie Zeit für diesen Samstag? Wir suchen noch eine Telefonkandidatin für unsere grosse Samstagabendsendung. Ja, ich hätte eigentlich Zeit, ja. Dieser Samstag? Ja. Wie ist Ihr Name? Maria Schleiss. Maria Schleiss. Sie sind unsere Kandidatin. Ist gut, dieser Samstag. Danke. Danke, ja. Wir nehmen Sie. Ja.